Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 586 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich suche dringend Mitarbeiter für meine Firma, um Kundenaufträge schneller bearbeiten zu können. Ich suche dringend Mitarbeiter für meine Firma, um Kundenaufträge schneller bearbeiten zu können. Ich suche dringend Mitarbeiter für meine Firma, um Kundenaufträge schneller bearbeiten zu können. Ich verstehe nicht, warum sich die Lieferung schon wieder verzögert. Wir warten schon sechs Wochen auf das Ersatzteil. Ich verstehe nicht, warum sich die Lieferung schon wieder verzögert. Wir warten schon sechs Wochen auf das Ersatzteil. Ich verstehe nicht, warum sich die Lieferung schon wieder verzögert. Wir warten schon sechs Wochen auf das Ersatzteil. Wir genießen unsere Musik und begeistern unser Publikum jeden Tag aufs Neue. Als Ärztin habe ich viel zu tun, aber einen anderen Beruf kann ich mir nicht vorstellen. Am Telefon bin ich immer sehr freundlich zu unseren Kunden und helfe ihnen, wo ich kann. Am Telefon bin ich immer sehr freundlich zu unseren Kunden und helfe ihnen, wo ich kann. Am Telefon bin ich immer sehr freundlich zu unseren Kunden und helfe ihnen, wo ich kann. Beim Spielen habe ich mich verletzt, aber das Pflaster macht alles wieder gut. Beim Spielen habe ich mich verletzt, aber das Pflaster macht alles wieder gut. Beim Spielen habe ich mich verletzt, aber das Pflaster macht alles wieder gut. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Aber ich bin immer noch traurig. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Aber ich bin immer noch traurig. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe alles erreicht, was ich wollte, aber ich bin immer noch traurig. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Auch wenn viele Dinge gleichzeitig auf mich zukommen, bleibe ich ruhig und gelassen. Auch wenn viele Dinge gleichzeitig auf mich zukommen, bleibe ich ruhig und gelassen. Die dringenden Arbeiten im Büro müssen vor Weihnachten noch alle erledigt werden. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Kinder im letzten Kindergartenjahr werden auf die Schule vorbereitet. Kinder im letzten Kindergartenjahr werden auf die Schule vorbereitet. Kinder im letzten Kindergartenjahr werden auf die Schule vorbereitet. Die Kinder lernen Buchstaben und Zahlen kennen. Ich glaube auch, dass du hier etwas Wichtiges entdeckt hast. Ich glaube auch, dass du hier etwas Wichtiges entdeckt hast. Momentan stürmt alles auf mich ein. Momentan stürmt alles auf mich ein. Ich muss mich konzentrieren und eins nach dem anderen abarbeiten. Mach dir keine Sorgen. Es wird alles wieder gut. Ich glaube fest an deine Fähigkeiten, das Problem zu lösen. Mach dir keine Sorgen. Es wird alles wieder gut. Ich glaube fest an deine Fähigkeiten, das Problem zu lösen. Alle arbeiten hart, um die Unternehmensziele zu erreichen. Wenn die Ziele erreicht werden, gibt es einen Bonus. Alle arbeiten hart, um die Unternehmensziele zu erreichen. Wenn die Ziele erreicht werden, gibt es einen Bonus. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Habt ihr irgendwelche Vorschläge, die wir diskutieren können? Ich versuche mit Meditation Stress abzubauen. Dann lasse ich mich von niemandem stören. Ich versuche mit Meditation Stress abzubauen. Dann lasse ich mich von niemandem stören. Ich habe genug abgenommen. Ich brauche keine Waage mehr. Ich habe genug abgenommen. Ich brauche keine Waage mehr. Wir laufen gemeinsam in den Bergen. 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 Besonders anstrengend ist es bergauf. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Und dann lasse ich mich von nicht. Wir laufen gemeinsam in den Bergen. Ich bin jetzt auf dem 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 Bergen. bye-du-label.